Hallo und herzlich willkommen zurück bei euren Hunter-Again mit W.O.T. Ja, heute dabei ist der Sky-Underbildweg. Hallo. Wir fahren ganz behindert. Ich brems lieber mal wieder. Ja, ich denke gerade rum. Ups, das ist gut. So. Wir fahren hier gerade den M24-Schaffee-Sword. Ich kenne zwischen dem T-60A-Sword. Das ist genau das gleiche in etwa. So. Erster Schluss. So. Das Wichtigste bei diesem Spiel hier ist, schnell zu sein und die Gegner so weit wie möglich rauszuholen. Target acquired. Man empfiehlenswert ist hierbei einen Fahrer auf Link zu scannen. Offroad. Critical hit. Ab ihn. Target released. Prodition to engage. Upsala. Entschuldigung. Entschuldigung. Alter, ich bin nur von einer Richtung. Enemy is hit. Ja, ich bin nur von einer Richtung. Oh, f***. Das geht schon guter. Penetration. Enemy is hit. Ich gucke jetzt auf der anderen Seite. Und da wusste ich nicht, aber das ist gut. Wollen wir? Entschuldigung? Nein. Ich konnte nichts machen. Wir haben den fliegt. Klammer nichts. Die hinteren zwei Gegner sind gerade auf mich fokussiert. Ja, okay. Das ist gut. Den da müssen wir eigentlich rauszuholen. Komm, wir haben unter 3. Wir sind noch krass vor Leid. Ich bin heute Hunter-Again. Ich bin. Ich bin super. Der hinter mir auch. Passwiss in Chess. Alter, da vorne aus. Ich schuld. Ich schuld. Ich schuld. Alle, alle, die das sehen. Auto-Aim ist hier echt nicht falsch. Weil ihr müsst euch einfach auf die Straße konzentrieren können. Geht das eigentlich auch in die Wertung ein? Ähm, nein. Das ist überhaupt keine Wertung. Weil ich habe immer noch 2000 gefechtet. Okay. Okay, weil, ähm. Ich schuld. Ja, die Schuss-Ding wäre da ein bisschen sehr weit runter. Aber du triffst eigentlich sehr gut mit dem Ding hier. Ja, aber ich halte einfach die ganze Zeit Schuss. Selbst wenn ich gegen Wattes schuld. Einfach raus hin. Das macht halt leider ein bisschen, wenn ich schlafe. Dafür, dass es so schnell ist. Der Passau ist gerade in der Trobe. Okay. So. Wisse. Na ja, das ist gut. Mein Turret ist getroffen. Achso, Dings-Pack dabei. Penetration. Target unlocked. Ready to fire. Let's find another target. Ready to fire. Penetration. Fokus den raus. Der ist. Er ist in den anderen. Schnell. Ich bin rein, schon gewonnen. Target acquired. Enemy armor is damaged. Wuxeler, Entschuldigung. Penetration. We did not even scratch them. Target acquired. Auf Hilfe. EO. Ruhe, alles Ruhe. Muss weg. Komm, wir safe. Vorsicht. Ja, komm. Ich weiß, dass ich den Bauskippe habe. Das haben wir mit der Witz gemacht. Schaut dazu mich her. Wenn ich, kriegen wir ja noch das Damage. Hilfe. Sorry. No one didn't go through. Ich rette dich. Ja. Nein. Ja. Gut, Gabe. Ja. Nein. Ist jetzt egal. Aber guck mal, wir haben gewonnen. Ich habe jetzt 15.000, glaube ich, wie ein Rennfahrer. Also, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut mal auf den Clan, äh, TS, äh, Kanal. Meine Fresse, jetzt habe ich mich voll versprochen. Entschuldigung für dieses Wort. So, also. Schaut mal auf den Clan, YouTube-Kanal, TLR. Ich werde ihn euch in die Beschreibung schreiben, dass ihr den Namen findet. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Have fun, um Warlord.